Er wusste, dass ich in der Beharrlichkeit der Orks eine Kraft sah. Er wusste es, dennoch behielt er sein kostbares Rissmagie-Geheimnis für sich. Er wusste es, er hätte helfen können! Stattdessen verbannte er mich! Zwischen den Welten veränderte ich mich. Ich lernte. Ich lernte, das zu tun, wovor sich Cygnus am meisten fürchtete. Jetzt werde ich die Orks mit diesen neuen Fähigkeiten vereinen. Jetzt wird der Orden von mir lernen! Willkommen zurück. Gut. Gut. Okay, zack, zack, zack. Lass mich raten, wir müssen zuerst noch ein paar Orks kloppen. Wir müssen etwas sparen. Und das dahin. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Das Budget ist knapp. Sagen wir mal so. Das Budget ist sehr, sehr knapp gewählt. Hm. Ich glaube, wir müssen ein bisschen was dezimieren. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Okay. In unserem Rissraum sind Feinde. Ja, echt? Hätte ich nicht erwartet. Das war's wieder. Ach, du Scheiße. Wir haben die Hälfte unserer Risspunkte verloren. Ah. Jetzt nehmen wir was Neues, bitte. Danke. Unser Riss rießt sich. Du Kacke. Dit war nix. Ich glaube, dat wird nix. Ich glaube, dat wird nix. Ich hab ne Idee. Ich glaube, ich hab ne Idee. Okay. Gut. Gehen wir mal. Mehr als verlieren können wir nicht. Ach. Kacke. Die feindliche Armee greift an einer anderen Front an. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Da kommen sie. Oh, diese kleine Zwieger. Die lassen wir da. Sie sind fast da. Sie sind fast da. Ja, ja. Okay. Ah, komm schon. Oh Gott, komm. Den machen wir so kalt. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Wir müssen uns hier echt absichern. 3. Ähm. 3.000 haben wir. Lass die immer wieder schießen. Wir müssen einfach nur Zeit gewinnen. Wir müssen einfach nur Zeit gewinnen. Okay. Okay. Aber das sollten wir hinkriegen. Oh Gott. Gut, Mana sparen. Die Feinde greifen an einer weiteren Front an. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Gut, wie gut ist die Kanone? Greift mich an. Greift mich an. Greift mich einfach nochmal an. Hopp. Ah, kommt schon. Ich muss das Schwert unbedingt upgrade. Das Schwert rettet mir grad sowas von den Arsch. Ah, komm schon. Kommen sie von da. Gut. Okay, 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 okay. Ähm. Denken, 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 denken. Zack. Weg. Oh. Zeit gewinnen. Einfach Zeit gewinnen. Irgendwie. Von da. Da kommt der. Na komm. Der Schaden auf dem Schwert. Oh. Geht man auf dem Schwert. weg weg das ist nicht schlimm aber jetzt müssen wir uns anstrengen ah verdammt ok das war nix ja Niederlage erneut versuchen das war nicht so gut 20 Stück davon setzen gut zack dahin gut dahin und dahin Feuerelemente die Feinde bereiten sich darauf vor eines unserer Tore aufzubrechen das Tor ist zerstört oh sorry oh ich geh gerade voll im Hals na komm na komm schon ich brauch mehr Schaden auf dem Schwert definitiv den was dem hat der ja wohl kein Problem oh Hilfe Hilfe danke danke für die Info ok ok könnte jetzt schon mal vorsorgen da kommen nur Orks und Oger ach du Heiland ähm dass wir hier schon mal eine Kanone hängen da drüben einfach alles mit dem Zeug regeln zack ich kann jetzt noch drei Stück bauen zack gut das Zauberschwert unsere Feinde brechen an anderer Stelle durch jawohl kein Problem er kommt MC Oger weg 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 hier Nervensäge ok das macht schon Auer hier das macht definitiv schon Auer äh bisschen Vorplan das funktioniert das kriege ich so hin wir müssen noch mehr Vorplan sehr schön ähm da mal hin da hin ja geil dieses ist so geil ja sind zwei jetzt ok die feindliche Armee greift an einer anderen Front an äh Vorsicht unsere Verteidigung wurde erneut durchbrochen kein Problem ok ok weg 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 so 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 weiter geht's das Leben nur. Wir müssen hier mächtig Oua schaffen. Genau. Gut. Ja, jetzt schaffen wir es schon. Ja, du kriegst hier ein Vögelein. Blitzen wir. Jetzt sieht das gut aus. Jetzt müssten die... Okay. Ah, komm. Ah, komm. Oh Gott. Okay, geh rein da. Ach echt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Haltet sie schnell auf! Geh einfach schon mal weiter zur Runde. Zack. Oh, 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 oh. Hilfe. Ähm. Gut. 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 Ach, du Scheiße. Das kommt von der anderen Seite. Gut. 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 Guck. Ja, komm schon. Okay, den nehmen wir mit. Sie sind fast da! Nein, 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 nein. Kacko ist noch Acht. Komm schon. Komm schon. Leck mich doch an Füße. Jetzt kommt er von allen Seiten. Oh Mann. Pack. So, hier haben wir das da gebaut und hier haben wir das da gebaut. Auf gehts. Komm schon von allen Seiten. Okay. Die Feuerviecher sind der absolute Hammer. Na komm. Muss das Schwert definitiv weiter ausbauen. Ja, seht nur wie kack du bist. In unserem Rissraum sind Feinde. Oh Mann. Na komm schon. Du Scheiße. Okay. Okay, gut. Ähm. Kann ich nichts setzen. Zwei Stück noch. Zwei Wellen. Zwei Wellen. Zwei Wellen. Oh Gott. Haltet sie zurück. Oh Mann. Kann nicht wahr sein. Gut. Gut. Versuchen wir es erneut. Rotfahren. Okay. Okay. Ja. Lass mich raten. Wir müssen zuerst noch ein paar Orks kloppen. Die gehen eng an der Wand lang. Na probieren wir das einfach mal. Sehr schön. Dann schuppst du was er da rein. Dann sind sie gleich tot. Gut. Damage kassieren. Bisschen mittiger setzen. Gucken wir mal, ob das was bringt, was wir jetzt hier ausgemalt haben. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzurecken. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Weg damit. Woll mal. Na komm. Na komm. Die Feinde beim Riss. Ja. Sieht nämlich so gut aus. Sie betreten den Riss. Okay. Okay. Sie sind fast sein. ein Feuerlord. Ein Feuerlord. Wow. In den Büchern wirken die gar nicht so furchtanflößend. Schon okay. Ich glaube ich weiß jetzt wie ich diesen Feuer Kreaturen beikommen kann. Vorsicht. Dieser Feuerlord zerbricht in kleine schnelle Feuerlänge wenn er stirbt. Ja. Wir sind wach. Zack. 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 Gut. Nacheinandergesetze fallen. Das machen wir jetzt anders. Schauen wir mal wie das wirkt. Da kommen weitere Feinde. Schauen wir uns das mal an. Die Feinde greifen an einer weiteren Front an. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Jawoll. Weg mit euch. Kommt. Okay. Okay. Das haben wir. Sehr schön. Ich brauche da vorne aber gleich mal um. Das ist nicht so effektiv. Aber erstmal hier. 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 Eine Eiskanone hier oben hin. Einmal hier. Ne. Einmal hier. Und einmal hier. Dann haben wir das schon mal. Euch. Du kommst weg. Du kommst auch weg. Und jetzt hier oben. Wird das weg. Und dann ab. Jetzt ist es eben so fertig. Du kommst hier oben hin. Das Backup. Das sollte die echt schon gut dezimieren. Ja, kein Problem. Das ist die falsche Seite. Weg mit euch. Gut. Na komm. Weg mit euch. Gut. Ähm. Ist nicht viel. Ist definitiv nicht viel Geld. Okay. Oh, oh, oh. Wir müssen... Der Ding hat eine extrem kurze Range. Aber wir müssen die Feuerdinger damit aufhalten. Zumindest dezimieren. Gut. Sehr schön. Da kommen weitere Feinde. Locken wir erstmal Orks. Die brauchen noch ein paar Minuten. Gut. Weg. Der ist... Der wird verfrühstückt. Weg mit euch. Weg mit euch. Sie sind verstaunt. Haltet sie zurück. Nein. 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 Oh Mann. Ja. 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 Erneut versuchen. Okay. Mal sehen. Haben von den alten Typen erfahren? Check. Haben eine riesige Armee vernichtet? Check. Vorwärts Team Kriegsmagier. Ja. Wir rocken einfach. Zufriedenstellend. Fürs Erste. Wir müssen aber immer noch den Ursprung dieser roten Risse auswendig machen. Lass mich raten. Wir müssen zuerst noch ein paar Orks kloppen. Gut. So. Ich muss noch einen von setzen. Nochmal von zwei. Wie möglich jetzt hier aufhalten. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eine Zonere Kurve aufzurechnen. Das Tor zerstört. Ja, noch. Ich glaube. Also 2 Elemente. Ja. In den Büchern wirken die gar nicht so furchtanflößend. Schon okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich diesen Feuerklärtungen beikommen kann. Vorsicht. Dieser Feuerlok zerbricht in kleine, schnelle Feuerlänge, wenn er stirbt. Ja. Guter. Zack, zack, zack. Ne, das brauche ich hin. Brauche ich das? Ich würde mal ja sagen, ich brauche das so. So. Und hier. Kann ich nicht. Okay. Dammtschubst hier war eben. So. Mal, wie die Fallen funktionieren. Die feindliche Armee greift an einer anderen Front an. Vorsicht. Unsere Verteidigung wurde erneut besprochen. Da kommen sie. Jawohl. Die schnellen Kackvieh. Den greifen ich auch. Okay, die kommen nicht so weit. Das ist schön. Weg, 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 weg. Warum schlägt ich jetzt schon wieder? Ja. Ich bin tot. Egal, machen wir das hier. Weg mit euch. Eins, zwei, drei. Ähm. Gut. Gut. Ah, stimmt. Jetzt kommen die von beiden Seiten. Die Feinde greifen an einer weiteren Front an. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Ja, ja. Der Bus over. Das ist noch nichts Tragisches. Gut. Weg. 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 Nein, seid ihr nicht. greift mich dann zieht die aggro auf mich weg mit euch so wir müssen was gegen diese feuer-elemental tun wenn man unten noch einsetzen hier können wir zwei von setzen ein dahin wo kommen zuerst da kommen weitere feinde das feuer-elemental schmack einer ist schon mal hin das ist sehr schön sie sind fast da sie betreten den riss ja ja scheiß egal weg das ist natürlich da kommen weitere feinde ja 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 kommt 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 weg dann kommt weg weg Jaja, ich geb mein bestes. Fake mit euch. Geld. Okay. Ich muss den Raum absichern. Ich kann vier Stück davon noch setzen. Da hin. Und dann hoffen. Dann einfach nur noch hoffen. Jetzt nichts. Da kommen weitere Feinde. Okay. Jetzt kann ich erst nur noch hoffen. Ich hoffe das klappt. Dass nicht allzu viel durchkommt. Ja. Perfekt. Weg, 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 weg. Weg. Oh Gott. Oh scheiße. Weg mit euch. Welle in irgendwas Sekunden. Cool. Ja, ja, ja. Wir müssen. Da kommen weitere Feinde. Es kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ja. Gott. Oh. Ist tot. gut. Sie sind fast da. Ja komm. Oh, wir nah kam. Ja komm. Jawoll. Kommt schon. Kommt. Hier gibts Leckerli. Mann. Das ist voll Tucker mit den Dingern hier. Zack. Zack. Letzte Welle. Nach unzähligen versuchen. Kommt schon. Kommt schon. Kommt. Kommt. Kommt schon. Kommt. Tschüss. Na komm. Auf und nach. Gott. Na komm. Nein. Im letzten Moment. Oh Mann. Okay. Auf ein neues. Mal sehen. Haben von den alten Typen erfahren? Check. Haben eine riesige Armee vernichtet? Check. Vorwärts Team Kriegsmagier. Wir rocken einfach. Zufriedenstellend. Fürs erste. Wir müssen aber immer noch den Ursprung dieser roten Risse auswendig machen. Lass mich raten. Wir müssen zuerst noch ein paar Orks kloppen. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Können wir zwei Stück auf die andere Seite setzen. Nein. Gut. Ja, aber nur noch. Komm her. Komm. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubreiten. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, kommt schon. Ja, komm. Weg. Ja, 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 ja. In den Büchern wirken die gar nicht so furchtanflößend. Schon okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich diesen Feuerkreaturen beikommen kann. Vorsicht. Dieser Feuerlord zerbricht in kleine, schnelle Feuerlänge, wenn er stirbt. Lieb's noch? Sie betreten den Riss. Die Eiskanonen brauche ich hier gar nicht. Ich mache das nämlich anders. Zack, zack, zack. Eins. Gut. Ähm. Zack. Weg. Weg mit euch. Na kurz. Weg mit euch. Komm schon. Oga kloppt. Oga ist bekloppt. Weg mit dem Oga. Gut. Von beiden Seiten. Zack, 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 zack. Hier. Erst einmal quer rüber schießt. Gut. Gut. Die Feinde greifen an einer weiteren Front an. Vorsicht. Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen. Gut. Sehr schön. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Komm schon! Weg! Oh mein, komm schon! Sehr schön. Hier. Gehen wir eng an der Mauer lang? Da lang. Da lang. Da kommen weitere Feinde! Gut. Na voll schon. Gut. Na komm schon. Na komm schon! Gut. Na komm schon! Na komm schon! Na komm schon! Auf komm schon! Beide bei mir sind! weg mit euch in unserem rissraum sind feinde zack zack und einmal hier noch hin vorschwächen falsche seite in der fieber Na komm. Perfekt. Weg. Gut. So, niedergestreckt. Naja, kommt schon. Gut. Das haben wir hier. Einmal dahin. Einmal dahin. Einmal dahin. Da kommen weitere Feinde. Ja, da kommen weiter Feinde. Lasst sie kommen. Lasst sie ruhig kommen. Na komm. Na komm. Na gut. 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 Walten Ressourcen habe ich noch. Weggeprallert, das ist schön. Naja, lasse doch. Na komm. Weg. Gut, ähm. Zack, zack, zack. Da kommen weitere Feinde! Sehr schön. Kleines Backup System bauen. Ja, können wir die drei auch noch zusammen. Ja. Ja. Na komm. Ja, ja, lasse doch. Schickert euch. Na komm. Feinde beim Riss! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jawoll. Und geschafft. Ei, 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 ei. Und vier Lehrlingsdinger. Oh, Köder. Mega. Wert. Halt beim Treffer. Ah, äh, äh. Es kleudert höher in die Luft. Küder. Ach, Küder schon freigestaltet. Waffe. Ah, das ist nicht wichtig. Okay. Perfekt. So, und wir sehen uns das nächste Mal, ciao. Ciao!